Die Wunderwelt der Engelskerzen bei Böhms Deko- und Wohnambiente in Reit bei Kitzburg. Die einzige ihrer Art in Österreich. Faszinierend der Variantenreichtum an Kerzen aus der fast 100 Jahre alten Kerzenmanufaktur Engels, unweit von Aachen. Erlesene Kerzen für den Dom Karls des Großen, für luxuriöses Ambiente, Lifestyle- und Bio-Kerzen, Kerzenwelten für Kitzbühel. Unfassbar schön. Bei Böhms in Reit bei Kitzbühel. Die Firma Böhms hat von Anfang an gezeigt, dass sie sich mit dem Produkt Kerze identifiziert. Und das war für mich ganz, ganz wichtig. Und daraus ist eine Freundschaft entstanden. Wir versuchen weiterhin auch mit Böhms hier in Kitzbühel bzw. Reit viele, viele Kerzenwelten zu zeigen. Wir machen uns schon Gedanken für den Sommer, mit welchen Düften wir hier aktiv werden. Und das sind irgendwo auch schöne Dinge, die man auch als Unternehmer, auch Visionen, die man sicherlich braucht in der heutigen Zeit. Ich freue mich. Ich freue mich ganz besonders, dass auch die Einheimchen hier unsere Produkte lieben. Und das ist für uns auch ein Signal. Und wir versuchen auch weiter, der Trendsetter der Kerze bzw. der Kerzenwelt zu sein. Jungs-주-BIs Jungs-Jungs- zoals die Käuze Catale desires